jo leute was geht wie ich bin verwandlung zwiegespalten oder so wie es heißt orange ja ich nehme orange stecke fortfahren beitreten lego wir fahren in mount hiliot Ich fahr den jetzt, der ist viel cooler, als den kann man den Opfer verfahren gleich. So, yes, this guy. Da guckt vielleicht der Aufpasser. So, yes. 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 Was mache ich? Schüsse halt über das Amigo. Das ist ein Automatiker. Ne, das ist ein Ford Muster. Ne, was glaube ich nicht da? Ford meine ich. Es geht eh Ford oder so, keine Ahnung. Das Auto hier kenne ich. Das ist ein Ford Muster. Impressor. Nein, was machst du? Na. Au, das war knapp, alter. Das war knapp. Das war so knapp. Richtig knapp, alter. Das war's. Das war's. Aufpassen, ich konnte auslassen, die Waffe meiner auspacken. Das war falsch. Meine Auslastung, meine Waffe auspacken und ich am Ende auslappen. Ich bin nicht am Ende, ich bin nicht halbiert, ich bin nicht halbiert, ich bin nur in Ordnung, ich bin ein hellb cups. Das ist ehrlich, das ist nicht mein eigenes Esser, es ist alles drin. Alter, wenn ich da jetzt einen Kale mache, dann... so leute ich habe gewonnen wie immer nein Spaß ist nur so selten Zufall Glück nein als ob du jetzt gewinnt das war knapp okay das war so knapp ich bin erster so leute wenn ich wieder gefallen hat lassen dann noch oben und ja 20.000 ja gut ich bin ja auch gleich 100 dran gut knechte brechen so haut rein und bis demnächst mito und ciao peace